Sei ein Sahabi. Wenn ich über dieses Thema rede, rede ich nicht über dieses Thema zur Belustigung. Das heißt, wir erzählen Geschichten von Sahaba, aber das ist das Problem heute in der Umma. Es werden Geschichten, der sagt, oh, Maschallah, ach, das waren Zeiten. Ja, früher, das waren Zeiten, aber heute, ja, wir sind halt schwach. Wir müssen uns halt verstecken, Angst haben, traurig sein. Das ist nicht der Sinn der Sache. Das ist der Sinn der Sache, dass wir uns ein Beispiel daran nehmen. Ja, jetzt müssen wir erst mal fragen, ja, Abu Hamza, Pia Vogel oder was auch immer, ja, du sagst, sei ein Sahabi. Wie kann ich ein Sahabi sein? Was heißt denn Sahabi? Im Istilah. Istilah ist in der Terminologie in der Arabischen. In der Terminologie in der Arabischen heißt es, Das heißt, wer den Propheten, a.s.w. trifft, während er gläubig ist und dann als Muslim stirbt. Und selbst wenn er zwischendurch vom Glauben abfällt. Das ist eine Definition. Das heißt, der Najashi, der Najashi war ein Muslim. Der Prophet hat für ein Totengebet gemacht. War ein Sahabi? Nein. Weil er hat den Propheten nicht getroffen. Er hat in der Zeit gelebt. Dann, warum sagen die in der Definition, wer den Propheten trifft? Warum sagen sie nicht, wer den Propheten sieht? Weil es Sahaba gab, die blind waren. Es gab Sahaba, die waren blind. Abdullah ibn Ummerktum. Das heißt, wer ihn trifft und als Gläubiger stirbt. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schiit kommt und sagt, ja guck mal, die sind doch vom Glauben abgefallen, der oder der. Also sind die Sahaba nicht gut. Dann sagen wir, wir reden von denen, die Muslime geblieben sind, nicht von denen, die abgefallen sind vom Glauben. Das heißt, du versuchst von vornherein mit Dingen zu argumentieren, die keinen Sinn haben. So, das heißt, Ja, Abu Hamza, wie will ich ein Sahabi sein, wenn ich den Propheten, a.s.w. noch nicht getroffen habe? Heißt das, ich soll von ihm träumen? Den Propheten im Traum zu treffen, macht einen nicht zu einem Sahabi. Okay? Es gibt Leute, die treffen den Propheten, a.s.w. im Traum. Das stimmt. Die sehen ihn im Traum. Nein, es gilt zu Lebzeiten. Okay. Also was will ich dann damit sagen? Ich will damit sagen, wir müssen so sein wie ein Sahabi. Warum? Warum, Brüder und Schwestern? Weil Allah, subhanahu wa ta'ala, uns das sagt. Auch wenn du ihn nicht getroffen hast, so sollst du in der Akida sein, in deinem Glauben, wie ein Sahabi. So sollst du in deinem Verhalten sein, wie ein Sahabi. In deiner Liebe für den Islam sein, wie ein Sahabi. In deinen Taten sein, wie ein Sahabi. Und natürlich wie eine Sahabia, wie eine weibliche Gefährtin des Propheten, a.s.w. Warum? Weil Allah uns das im Koran sagt. Allah sagt, wo zum Beispiel, in welchem Vers? Suche 2, Vers 137. Dort sagt Allah, Wenn sie so glauben, wie ihr geglaubt habt, das heißt, die, die danach kommen, wenn sie so glauben, wie ihr geglaubt habt, wer sind ihr? Wer wird hier angesprochen? Die Sahaba. Dann sind sie was? Dann sind sie rechtgeleitet. Dann sagt Allah, subhanahu wa ta'ala, im Koran 4, Vers 115. Anderer Vers. Und wer sich dem Gesandten entgegengesetzt, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist, das ist auch ein wichtiger Vers, wenn ihr mit Nichtmuslimen diskutiert, über die Frage, ja, was ist denn mit meinem Ur-Ur-Ur-Opa, der vor 500 Jahren gestorben ist, der hat nie was vom Islam gehört. Da sagen wir, Allah sagt in Suche 4, Vers 115, nachdem ihm die Botschaft klar geworden ist, das heißt, wer keine Botschaft bekommen hat, wird am jüngsten Tag auf die Probe gestellt. Das steht auch in Suche 17, Vers 15. Okay. Und jetzt sagt er, und wer einem anderen Weg als wem folgt, dem Weg der Gläubigen. Wer sind die Gläubigen? Die Sahaba. Den werden wir dem zuwenden, dem er sich zugewendet hat, und wir werden ihn in der Hölle schmoren lassen. Welchen Vers gibt es noch? Der vielleicht klarste Vers, der uns sagt, dass wir dem Weg der Sahaba folgen müssen. Wo steht der? Suche 9, Vers 100. Suche 9, Vers 100. Suche 9, Vers 100. Das heißt, die Vorausgeeilten von denen, wie viele Gruppen von Sahaban gibt es? Mohajirun und Ansar. Wo kommen die Mohajirun her? Viele sagen aus Mekka. Nein, alle, die nach Medina gegangen sind, sind auch Mohajirun. Es gibt zum Beispiel Leute von Rifar, die nach Medina gegangen sind. Und die Ansar. Die Ansar sind welche zwei Gruppen? Vor allen Dingen Aus und Khazraj. Warum sage ich das? Vor allen Dingen, weil es gab Juden, die den Islam angenommen haben. Zum Beispiel Abdullah ibn Salam. Und die Juden waren wie viele Stämme gewesen? Drei. Banu Quraitha, Banu Qainuqa und Banu Nadir. Okay, auf jeden Fall, um darauf zurückzukommen. Warum habe ich das gerade erwähnt? Die Vorausgehalten von den Mohajirun und den Ansar und diejenigen, die ihnen in Güte folgen. Allah ist mit ihnen zufrieden und sie sind mit Allah zufrieden. Das heißt, wer denen ihrem Weg nicht folgt, mit denen ist Allah nicht zufrieden. So als kommen Leute, die Muslime sind, die sagen, 90% der Mohajirun und Ansar sind nach dem Tod des Propheten vom Islam abgefallen. Dann sagen wir zu denen, steht das nicht im Widerspruch zu diesem Vers? Würde Allah zu uns sagen, die Vorausgeeilten von den Mohajirun und Ansar und diejenigen, die ihnen in Güte folgen, Allah ist mit ihnen zufrieden, sie sind mit Allah zufrieden, wenn 90% davon vom Glauben abgefallen sind? Das ist doch ein Widerspruch. Hoch 10. Das heißt, du musst dir in Folge, das heißt, du musst auch vom Glauben abfallen oder wie? Ja, okay. Das zeigt uns, diese Verse zeigen uns, dass wir den Weg der Sahaba gehen müssen. Das waren gerade die Verse aus dem Koran. Was ist unsere zweite Quelle? Sunnah. Welchen Beweis haben wir in der Sunnah? Zum Beispiel, der Prophet, a.s.w. sagt, Die beste Generation ist meine Generation, dann die, die erfolgt, dann die, die erfolgt. Das ist einer der klarsten Beweise aus der Sunnah, die uns sagt, dass wir uns an die Salaf halten mögen müssen. Wenn heute kommen Salafisten, bla bla bla, hier, das sind die besten Generationen. Das heißt, wenn wir das beste Verständnis von Koran und Sunnah haben wollen, müssen wir nach klarer Aussage des Propheten zum Verständnis dieser drei Generationen zurückgehen. Anderer Beweis, der Prophet, a.s.w. sagt, Sattaftariku hadhi l-Ummah ala thalafin wa sab'ina firqatin kullu hafi nari illa wahida. Diese Ummah wird sich in 73 Gruppen spalten. Alle sind in der Hölle außer einer. Das heißt nicht, dass unbedingt alle Gruppen für immer in der Hölle sind, das ist eine Warnung. Aber jetzt, weil ansonsten werden sie nicht mehr von der Ummah, wenn sie ganz aus dem Islam austreten würden, weil wir wissen, wer bleibt für immer in der Hölle? Bleibt der Mubtadir für immer in der Hölle? Es gibt zwei Anfragen von Bidda, Mufassika und Mukaffira. Wenn einer eine Bidda hat, die aus dem Islam rausbringt, natürlich, das ist eine Sünde, die für ewig in die Hölle kommt. Aber wenn es eine Mufassika ist, ist es eine Sünde, die vergeben wird. Was ist der Beweis dafür? Suche 4, Vers 48. Allah vergibt es nicht, dass man ihm schüttt bei Gesell, er vergibt, was darunter ist und Bidda ist darunter, wenn sie nicht Mukaffira ist, wem er will. Okay, die sind in der Hölle, außer einer Gruppe. Wenn der Prophet das in diese Frage stellen würde, wenn er das sagen würde, was würdest du zu ihm sagen? Du würdest sagen, Gesandt Allah, wer ist die Gruppe? Und das ist genau das, was die Sahaba gefragt haben. Ja, Rasulullah, wer ist diese Gruppe? Und da sagt er, die, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Das heißt, die Sahaba. Das heißt, wir heute müssen gucken, wie haben die Sahaba den Koran verstanden und implementiert. Klare Aussage. Es gibt noch viele andere Beweise, ein Hadith, den jeder von euch kennt, wahrscheinlich, wo der Prophet a.s. sagt, das war am Ende seines Lebens, فَمَنْيَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَا اِخْتِلَافٍ كَثِيرًا Wer von euch lebt, der wird was sehen? Viele Meinungsverschiedenheiten. Und was ist die Lösung? Der Prophet a.s. gibt die Lösung. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَارَ شَدِينَ الْبَحْدِينَ So haltet euch an meine Sunnah und die Sunnah der Rechleiten-Khalifen. Wer sind die Rechleiten-Khalifen? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Hier gibt es Übereinstimmung. Und der Aalus, Sunnah, Wajama. Okay. Das heißt, das zeigt uns, wir müssen uns an die Sahaba halten. Wir müssen uns ein Vorbild an ihnen nehmen. Jetzt die Frage, kann man die Stufe erreichen von einem Sahabi? Was machen wir, liebe Geschwister im Islam, wenn wir im Islam eine Frage beantworten wollen? Da gibt es eine wichtige Regel. Eine wichtige Regel. Man nimmt erstmal alle Beweise zusammen und dann schaut man sich die Beweise an. Was macht Aalul Bitta? Und das ist etwas, was Sheikh Al-Islam Muthemir sagt. Er sagt, Aalul Aalul Hawa Ya'atakidun Summi Astadilun Die Leute der Gelüste, was machen die? Die glauben und dann suchen sie den Beweis für ihren Glauben. Das heißt, da ist jetzt einer, der hat den Glauben, Mirza Rulam Ahmed vom indischen Kontinent ist ein Prophet. Jetzt sagst du zu ihm, ja, wo steht das im Koran? So, jetzt guckt er irgendwo, wacht mal, das ist jetzt nicht der Koran, aber ich würde euch das Beispiel geben. Jetzt guckt er irgendwo, mal gucken, wo könnte ich denn hier was finden? Wacht mal. Wo haben wir den Beweis? Wo steht hier im Koran, dass Mirza Rulam Ahmed ein Prophet ist? Ich habe wirklich einen gefragt, wisst ihr, was der mir gesagt hat? Ach, jeder, der Arabisch kann, der liegt vor Lachen auf dem Boden. Und andere, die sie noch nicht getroffen haben. Ah, klarer Beweis. Mirza Rulam Ahmed ist ein Prophet. Ja, wir können sie klarlesen, da steht es. Und andere, die noch nicht auf sie getroffen sind. Klarer Beweis, oder? Warum bringe ich diese Beispiele Geschwister im Islam? Wir müssen verstehen, wie wir einen Beweis zu verstehen haben. Deswegen habe ich gesagt, die Frage war, kann man sein, kann man die Stufe von einem Sahabi erreichen? Wir müssen alle Beweise zusammenbringen. Wir müssen die Beweise zusammenbringen und nicht irgendwo das suchen, was wir vorher glauben wollen. Wir haben einmal einen Beweis, wo der Prophet sagt, Das heißt, beschimpft meine Gefährten nicht, denn wenn einer von euch so viel Gold spenden würde, wie der Berg Uhud, wer war schon am Berg Uhud gewesen? Riesen, also das ist ein ziemlich großer Berg, der würde, wenn er das spenden würde, würde er nicht so viel zusammenkriegen, wie sie einen Mut zusammenkriegen oder eine Hälfte davon. Das heißt, was sie an Kleinigkeit gespendet haben, selbst wenn ihr, die danach kommen, so viel spenden würde, wie Uhud, ihr erreicht das nicht, was sie erreicht haben, mit wenig. Zu wem hat er das gesagt, der Prophet, a.s.w. Weil das ist auch wichtig, dass wir gucken, in welchem Kontext ein Hadith genannt wurde. Er hat das zu Khalid ibn al-Walid gesagt. Und Khalid al-Walid ist ein Sahabi in der Terminologie. Wann hat er in Islam angenommen? Siebte Jahr nach Hijra. Die erste Schlacht, die er mitgemacht hat, war Razmat al-Muqtah. Die bekannte Schlacht, wo 3.000 Muslime gegen 200.000 Römer gekämpft haben. Und Khalid ibn al-Walid am Ende die Flagge genommen hat. Okay? Aber auf jeden Fall, er sagt, dass zu Khalid ibn al-Walid, der eine Auseinandersetzung hat, mit, ich glaube, mit Sadib al-Walid al-Walid. Aber auf jeden Fall. Warum haben sie diese Stellen? Jetzt fragen wir, warum ist das so? Es ist so, die Erklärung davon ist bei den Ulama, weil die Sahaba die Religion zu uns gebracht haben. Guck mal, heutzutage, wenn du eine Tat machst, manche, die sagen, ich mache Umrah für den Propheten al-Israel. Die Gelehrten sagen, das ist Quatsch. Weil jede Tat, die du machst, geht auf das Konto des Propheten al-Israel. Und warum? Weil er im Endeffekt derjenige ist, der dir das beigebracht hat. der Prophet al-Israel sagt, wer zu einer Rechtleitung aufruft, der kriegt den Lohn davon und den Lohn von dem, der dieser Rechtleitung folgt, ohne dass von dem Lohn, von dem, der das macht, etwas abgezogen wird. Das heißt, wer hat uns im Endeffekt zu jeder Rechtleitung gerufen? Der Prophet al-Israel. Jetzt werdet ihr sagen, Abu Hamza, du sagst, zu jeder Rechtleitung. Gibt es nicht nur eine Rechtleitung, den Islam? Wir sagen, richtig. Aber es kommt wieder worauf an, auf den Kontext. Weil Allah benutzt hier, der Prophet sagt hier, men da'il al-hudan. Er sagt nicht, men da'il al-huda. Wäre hier al-huda, das ist, ma'arifa im Arabisch, das heißt, bestimmter Artikel davor, die Rechtleitung, ist der mit der Islam gemeint. Wenn aber, aber hier steht, eine Rechtleitung. Das heißt im Islam, alles, wozu du aufrufst, ist eine Rechtleitung. Wenn du sagst, also alles, womit du im Islam aufrufst, nicht, dass es jetzt jemand versteht, ja, alles, wozu du aufrufst. Schlag die Fensterscheiben ein, ist eine Rechtleitung. Also alles, wozu du aufrufst, du rufst um Gebet, auf du rufst um Bad, auf du rufst um Niqab, auf du rufst um Hijab, ist alles eine Rechtleitung. Okay? Jetzt. Der Prophet kriegt diesen Lohn. Aber wer hat diese Religion noch zu uns gebracht? Wer? Die Sahaba. Die Sahaba sind im Endeffekt diejenigen, die den Propheten al-Israel schon unterstützt haben. Okay? Das war der erste Hadith. Jetzt der zweite Hadith, das haben wir eben schon genannt, die Besten sind meine Generation, dann die wir erfolgen, dann die wir erfolgen. Der dritte Hadith oder der dritte Vers, das sind Surt al-Waqa. Surt al-Waqa sagt Allah, wa s-sabikun, s-sabikun, ulaiqa al-mukarrabun, fi jannati al-na'im, thullatum min al-awwalin, wa qalilum min al-akhirin. Die s-sabikun, die s-sabikun, das sind die nagebrachten, ulaiqa al-mukarrabun, wo sind die? Fi jannati al-na'im, ja, im Paradieskarten voller Wonne, fullatum min al-awwalin, viele von den Vorgängern, von denen der vorkam, wa qalilum min al-akhirin, wenige von denen, die nachher gekommen sind. Das heißt, es gibt wenige von denen, die vorher gekommen sind, es gibt wenige von denen, die nachher gekommen sind, die die Stufe von denen erreichen, die vorher gekommen sind. So, das heißt, wie bringen wir diese Hadithe zusammen? Hier sagen die Gelehrten, man kann die Stufe erreichen, und jetzt gibt es noch einen anderen Hadith, den habe ich ganz vergessen. Gibt es einen Hadith, der sagt, es wird eine Zeit kommen, der Geduld, wo derjenige, der an der Religion festhält, ist wie jemand, der eine heiße Kohlestück festhält. Für denjenigen, da gibt es unterschiedliche Überlieferungen, und der in dieser Situation gute Taten macht, also der an dieser Kohle festhält, der kriegt den Lohn von 50 Leuten von euch. Warum? Bruder, ich stelle euch eine Frage. Stellt euch mal vor, ihr kommt in die Moschee rein, da sitzt Abu Bakr, da sitzt Umar, da sitzt Ali, radiallahu anhu, das wird euch doch voll motivieren, oder? Aber guck mal, in welcher Zeit wir leben. Du gehst raus, du guckst nach rechts, du siehst, keine Ahnung, Whitney Houston ist tot, die siehst du nicht mehr, irgendwie eine Sängerin, dieses, jenes, du gehst in den Supermarkt rein, du wirst beschallt mit Musik, ist schwer, oder? Du hast erschwerte Bedingungen. Warum sage ich euch das, Brüder? Ich will euch motivieren, und Schwestern, ich will euch motivieren. Wir sind in einer großen Situation, und der erste Hadith, warum waren die Sahaba, warum haben sie diese Stellung? Weil sie die Religion von unten nach oben gebracht haben. Wie viele Leute haben den Islam angenommen, nach den ersten drei Jahren Dauer? 150 Mann circa. Circa 150, 140, 150. Es gibt unterschiedliche Schätzungen. Nach drei Jahren der Islam, es gab gar keinen Islam in dem Sinne. Und sie haben den Islam nach oben gebracht. Zur Weltmacht gemacht. Und das muss unser Ziel sein. Wir leben praktisch in einer Zeit, wir haben es mit Goldminen zu tun. Dieses Verständnis müssen wir haben. Wir leben in einer Zeit, wo unser Ziel es sein muss, die Religion nach vorne zu bringen, damit wir eine hohe Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala erreichen können. Und deswegen nochmal darauf zurückzukommen. Sagt man, die Huld, und ich lese euch mal kurz hier was vor, ich habe hier ein Akida-Buch, das heißt Minatur Rahman, von einem sehr bekannten Schirr aus Ägypten, der heißt Yasser Burhami, und der redet über diese Angelegenheit mit den Sahabern. Und ich lese das mal vor, das heißt ja wieder Pirafogel. Was erzählst du denn? Was er dazu sagt, zu dieser Fragestellung. Ja, mit den Sahabern und so weiter. Einen Moment mal kurz. Hier. Ja, er sagt hier. Es geht um diesen Vers, die 56 Suche, für den er es nachschlagen will. Vers 39, was ich eben genannt habe. Was sabikun, was sabikun, was sabikun, ulaik al-mukarabun, fi jannatin naim, thulatum al-awalim, wa kalim al-akhirin. Er sagt, wa yathheru bi thalike, enne tafdil, ba'da sabikin al-awalim, min muhajirin wal ansar, im, innama hua lil majmua. Das heißt, die Huld, die Bevorzugung, der ersten, von den muhajirun, ansar, gilt für die gesamte Gruppe. Deswegen, wenn wir hören, khayrunes ikarni, die beste Gemeinschaft, ist meine Generation, dann die, die erfolgt, dann die folgt. Das heißt, diese Gruppe, es wird nie mehr eine Generation geben, die diese Stufe erreicht. Jetzt sagt er weiter. Li majmua sahaba ala majmua tabi'in. Das heißt, die Gruppe der Sahaba, die Allgemeinheit der Sahaba, die ist besser, als die Allgemeinheit der Tabi'in. Wa majmua tabi'in ala majmua tabi tabi'in. Und die Tabi'in, die Folger von Sahaba, sind besser, als die Folger der Folger der Sahaba. Und so weiter und so fort. Ja, emma en yakuna tafdili kulli wahidin minhum, fa haza la yalzamu minal adillah. Aber, dass jede einzelne Person besser ist, darauf weisen die Beweise nicht hin. Das heißt, es kann eine Person geben, die die Stufe von dem einen oder anderen Sahabi, das heißt, erreicht, vom Tafdil her, aber, natürlich, sie haben diese Hult, dass sie mit dem Propheten, a.s.w. zusammen gewesen sind, aber natürlich jetzt nicht Abu Bakr, Rom, Ali und so weiter und so fort. Das ist ja ganz klar. Deswegen, Brüder, warum sage ich euch das? Ich sage euch das, weil ich euch motivieren will. Wir müssen endlich aufhören mit diesem, mit dieser Verzweiflung. Ja, wir können nicht, ist alles so gefährlich. und diesen und jenes. Brüder, die höchste Stufe gibt es mit der meisten Bekämpfung. Wir haben hier noch Deutschland noch gar nichts erlebt. Ach, wir sind hier im Rumheulen. Ach, wir haben noch gar nichts erlebt. Ach, zur Zeit des Propheten, a.s.w. Habab ibn Arad, der kommt zum Propheten und sagt, ala tatu lana, ala tatu lana, willst du keine Dua für uns machen? Willst du nicht Allah für unseren Sieger rufen? Da sagt der Prophet, a.s.w. Es gab vor euch Leute, für die, die haben sie ein Loch gebuddelt, den Boden haben sie reingetan und da haben sie eine Säge auf ihren Kopf getan, haben sie in der Mitte durchgesägt. Und es gab vor euch Leute, die haben sie mit Kämmen aus Eisen das Fleisch weggerissen. Das hat sie nicht von ihrer Religion weggebracht. Warum sagt er ihm das? Er will ihm Hoffnung, er will ihm Standhaftigkeit geben, damit man nicht zusammenbricht. Das ist die Erziehung des Propheten in den ersten Jahren. Wenn du den Leuten erzählst, ist alles so schwierig, die Leute brechen ein. Aber wenn du ihnen erzählst, die, die vor dir waren, denen ist es auch schon so. Und das ist der Grund, warum die, aber da kommen wir nachher noch zu. Und dann gibt er ihm Hoffnung. Dann schwört der Prophet und sagt, la yutmanna Allah, haadha al-amr, Allah wird diese Botschaft verfolgen. Ich komme nachher noch auf diesen Hadith zurück. Wir haben noch gar nichts erlebt. Jetzt geht es weiter. Ich habe schon gesagt, was ist der Hauptgrund für ihre Position? Was ist der Hauptgrund? Was habe ich gesagt? Was ist der Hauptgrund? Weil sie die Religion von unten nach oben gebracht haben. Sie sind diejenigen, die diese Religion verbreitet haben, die diese Religion stark gemacht haben. Was soll das uns sagen? Erstens, dass wir sie lieben. Wir müssen sie lieben dafür, dass sie uns diese Religion gebracht haben. Und zweitens, dass wir sagen, wie steht der Islam heute weltweit? Wir wollen diejenigen sein, die heute etwas verändern. Oder nicht? Glaubst mir, Bruder. Du musst hier, ich will Brüder und Schwester. Ich bin hier nicht hingekommen zum Belustigen. Ich bin hier hingekommen, damit ihr heute hier aus dieser Tür rausgeht und euch sagt, ab jetzt, jeder Herzschlag ist für Allah. Und jeder Atemzug ist für diese Botschaft. Deswegen bin ich hingekommen. Glaubst du mir, Brüder, wenn es mir nicht darum ging, ach, ich werde zu Hause geblieben. Sondern ich will euch begeistern für diese Aufgabe. Und glaubt mir eins, jeder hat eine Aufgabe. Jeder kann etwas bewirken. Vor allen Dingen, Brüder und Schwestern, Allah sagt im Koran, in Tansurullah yansurkum, wenn ihr Allah helft, wird Allah euch helfen. Achhi, wisst ihr, wer Allah ist? Achhi, wer? Allah sagt, in yansurkum Allahu felle ghalib alekum. Wenn Allah euch hilft, kann euch keiner besiegen. Und wenn er euch in den Tisch lässt, wer will euch dann auch helfen? Und auf Allah sollen die Gläubigen vertrauen. Achhi, das ist das Versprechen von Allah. Er sagt, unsere Pflicht ist, den Gläubigen zum Sieg zu helfen. Das heißt, wir müssen versuchen, zu ihnen zurückzukehren. Jetzt. Ich stelle euch eine Frage. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht. Was sind ihre besonderen Eigenschaften der Sahaba? Überlegt mal bitte. Was sind ihre besonderen Eigenschaften? Und ich mache erst mal eine Probe mit euch. Ich möchte bitte, schämt euch nicht. Ich möchte von euch, ich möchte von euch wissen, welche Charaktereigenschaften, da kann man keinen Fehler machen, das ist kein Fehler. Welche Charaktereigenschaften fallen euch spontan ein, die der Prophet a.s.w. hatte? Sagt ruhig, sprecht ruhig rein, kein Problem. Entschlossenheit. Entschlossenheit? Ah, du guckst meine Vorträge an, ne? Das wollte ich nicht hören. Guck mal, Weil ich wollte, guck mal, Bruder, weil wenn wir, weil wenn wir, du hörst, du guckst, du guckst so viel meine Vorträge. Das wollte ich nicht hören. Weil, okay, ich sage euch das, man kann ja nichts falsch machen eigentlich. Ich mache das nicht wieder. Wenn man, dass diese Frage heute stellt, dann hört man immer, Sanftmütigkeit, Ehrlichkeit, Großzügigkeit, etc. In den wenigsten Fällen hörst du etwas und das ist alles richtig. Das ist alles richtig, das ist richtig, aber in den wenigsten Fällen hörst du etwas von seiner Charaktereigenschaft, die vielleicht am meisten dazu geführt hat, dass die Leute den Islam angenommen haben. Das ist sein Mut und seine Entschlossenheit. Bruder, in der Schlacht von Mutter, das darf doch nicht was ist denn hier los. Was ist denn für eine Mucke? Tarkan oder was? Ach, hau doch auf. Das gibt es ja gar nicht. Ich fange gleich an zu tanzen. Ich bin sehr anfällig. Wo ist das? Wo ist das? Das ist gut oder was? Krass. Bruder, nachdem der Prophet aus dieser Welt ins Hayab-Barzakhir reingegangen, das ist ein Leben des Barzakh, haben die meisten arabischen Stämme den Islam aufgegeben. Außer drei Städte. Wie heißen die drei Städte? Medina, Mekka und Tauf. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, woran liegt das? Ausgerechnet diese drei Städte. Warum nicht andere Städte? Warum gerade diese drei Städte ganz besonders? Natürlich, Mekka, sie kannten den Propheten Alayhi Salaam. Sie hatten schon diese 13 Jahre Erziehung gehabt. Dann Medina sowieso. Die zehn Jahre, wo er dort so nah war. Und dann, warum Ta'if? Warum ausgerechnet Ta'if? Und da habe ich mir mal Gedanken drüber gemacht, woran das liegen könnte, Wallahu alam. Wisst ihr, wie es dazu kam, dass Ta'if den Islam angenommen hat? Wann die den Islam angenommen haben? Acht, die Jahre nach Hijra. Nachdem Mekka erobert wurde, kam es zu einer Schlacht, die Schlacht von Hunayn. Bei dieser Schlacht, die wird beschrieben in Surah Tauber, im Vers 24 wird das beschrieben. Es kam dort dazu, dass die Muschrikun, die Muslime überfallen haben, überrascht haben und viele Zahaber geflüchtet sind. Die meisten. Der Prophet, wie viele waren sie an diesem Tag gewesen? Wie viele waren sie gewesen? Über 12.000. Über 12.000. Und damals hat man gesagt, 1.000 werden nicht durch eine wenige Anzahl vernichtet. Über 12.000. Jetzt, was passiert? Sie sind fast alle geflüchtet, weil das sind auch Menschen, die sind überrascht worden. So. Und zwölf Leute sind stehen geblieben und einer ist, wie viele waren die Leute von Hawazin? So waren die. Wie viele waren das? Über 24.000 Menschen. Eine Person reitet ganz allein in ihre Richtung und sie sind 24.000. Einer gegen 24.000. Wer ist der? Wer ist diese Person? Das ist der Prophet und er reitet auf sie zu und sagt, Anna ibn Abdul Muttalib. Ich bin der Gesandte, das ist keine Lüge. Ich bin der Nachfahre von Abdul Muttalib. Und dann steigt er von seinem Reittier ab und hebt die Hände und sagt, Allahumma nazzil nasrak. Oh Allah, sende deine Sieg herab und er nimmt Erde vom Boden und schmeißt die Erde in ihre Richtung und sagt, Möge Allah die Gesichter hässlich machen. Und dann sagt er, Sie haben verloren beim Gott von Mohammed. Dann hat er zu Abbas gesagt, er soll rufen, die Ansar. Und dann kamen alle wieder zurück und das hat im Endeffekt dazu geführt, nachdem sie am Anfang sowas von vernichtet waren, dass der Sieg von Allah wieder herabgesandt wurde. Jetzt stell dir mal vor, diese Leute von Ta'if, die sehen diese Aktion. Ach, die sehen eine Aktion, da kommt ein Mensch alleine auf ein Heer von 24.000 Soldaten losgeritten. Bruder, wir wollen das jetzt mal bildlich veranschaulichen. Stell dir vor, das ist Schlägerei zum Beispiel. Okay, heutzutage haben wir nichts mehr dazu. Aber jetzt als Beispiel. Stell dir mal vor, da um der Ecke stehen 24 Nazis, die wollen dich zusammenschlagen. Was machst du denn da? 24 Stück. Wo ist der Hintenaufgang? Ja, der normale Mensch, der geht laufen. Ist doch klar. Ich meine 24 Mann, das sind nicht 24, das sind nicht 240, das sind nicht 2400, das sind 24.000 Leute mit Waffen. Guck dir diesen Mut, diese Entschlossenheit an, die der Prophet, alle ist, und das ist etwas, was abfärbt. Ja, das ist etwas, was abfärbt. Brüder, Gefühle, Gefühle sind übertragbar. Guck mal, ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr in einen Raum reingeht, da sind alle am Heulen. Wirst du lustig sein? Ja, ihr wirst meistens traurig, oder? Das ist genau wie mit einer Krankheit. Wenn du in einen Raum reingehst, alle sind am Niesen. In vielen Fällen wirst du krank. In den meisten Fällen, wenn du in einen Raum reingehst, alle sind am Weinen, wirst du auch irgendwie traurig und bedrückt. Wenn du in einen Raum reingehst, alle sind am Lachen, in den meisten Fällen wirst du auch lustig werden, oder? In den meisten Fällen. Und deswegen überträgt man seine Gefühle. Deswegen, ich kann euch zum Beispiel heute sagen, wie ihr hier aus der Tür rausgeht. Ihr seid heute bei einem Vortrag von mir, und die Gefühle, die ich habe im Herzen, die werdet ihr in den meisten Fällen auch in euer Herz kriegen. Ihr werdet euch fühlen, dass ihr die Welt erobern könnt. Weil ich das in meinem Herzen habe. Ob ich das sage oder nicht. Wer das nicht hat, kann mich gerne anrufen, dann sagt der Pia Vogel, du hast dich geirrt. Aber glaub mir, in den meisten Fällen ist das so. Du fühlst dich auch immer so, oder? Wisst ihr? Allahu Akbar. Alhamdulillah. So. Das heißt, jetzt gehen wir zurück zu den Eigenschaften. Welche Eigenschaften hatten die Sahaba? Ich habe sieben Eigenschaften aufgeschrieben, die mir besonders auffallen. Okay? Erste Eigenschaft, absoluter Gehorsam. Und das müssen wir haben. Wir müssen uns mit diesen Eigenschaften schmücken. Beispiel. Gebt mir ein Beispiel, wo die Sahaba absoluten Gehorsam gezeigt haben. Alkoholverbot. Ach, die waren damals richtige Säufer gewesen, kann man sagen. Vor dem Islam. Die Mecker, die waren bekannt dafür, dass sie gerne Alkohol ausgeschenkt haben. Ach, der Verbot vom Alkohol kommt, die haben praktisch die Flasche an der, oder den Behälter am Mund, und die schütten es aus. Heutzutage, du redest mit den Muslimen, ey Bruder, guck mal, rauchen und so, ne? Man soll sich nicht selber zerstören, das ist etwas, was den Körper zerstört. Im Islam darf man nichts machen, was den Körper zerstört. Der hört nicht auf zu rauchen. Mein Vater, der ist kein Muslim, der hat von heute auf morgen aufgehört zu rauchen. Guck mal, das ist Schwäche. Das ist Schwäche. Von uns. Du sagst heute, Kopftuch, ja, wenn ich geheiratet habe, dann trage ich Kopftuch. Ich irgendwann mal. Beten, ja, wenn ich 55 Jahre, 555 Jahre alt bin und Hatsch gemacht habe, dann fange ich an. Barth, Barth, ja, guck mal, ja, ist nicht so wichtig, ich möchte einen guten Eindruck für Islam machen. Wenn ich so glatt rasiert bin und so, dann sagen die, boah, du machst einen guten Eindruck für Islam. Echt, so kommen manche Leute. Sagst du, wie viele haben bei dir es die Eindrucken? Keiner. Achhi, wisst ihr warum? Wer Islam annimmt, hat eine Eigenschaft. Wo steht das? Suche 36. Innamatunzi rumenitab adzikra wachashe rahmenu reib. Ich war gestern, ich war gestern, ein bisschen was das Coolste ist, ich war gestern, habe ich einen Vortrag gemacht in Neuss und da habe ich einen Bruder nach Hause gefahren, Serbe, der hat Islam angenommen. Da habe ich den gefragt, was hat dich dazu bewegt, Islam anzunehmen. Er hat erzählt, Brüder kennengelernt und dann noch einige Videos von mir. Also mehrere Faktoren. Da frage ich ihn, welche Videos denn, haben dich denn, sagt er ja, welche Videos mich total angesprochen haben. Pass auf, wo du über das Gebet gesprochen hast und hast voll rumgeschrien und hast gesagt, wo, hier, wenn deine Schwester prostituiert ist, nicht zu beten ist schlimmer. Vielleicht kennt ihr dieses Video. Nicht zu beten ist schlimmer. Und dieses andere Video, wo steht, was für ein Muslim bist du. Hab ich ja, boah krass. Wenn Leute sagen immer, ja, streichel, streichel, dann fangen die Leute an, Islam anzunehmen. Ist nicht so. Ach, ich bin einmal hier in Pforzheim gewesen, ohne Quatsch. Ich halte den Vortrag und da kommt jemand nach vorne und nimmt mir das Mikrofon aus der Hand. Da sagt er, ja, also ich hab mal eine Frage und dann steht er so. Mit der Seite zu mir und mit der Seite zum Publikum und sagt, ja, ich hab eine Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel den Islam annehme und danach davon abfallen würde in dem islamischen Land, würde ich dann nicht. Bruder, guck mal, so wie antwortest du darauf? Komm, wie antwortest du darauf? Sagst du jetzt zu dem, hey, hey, keine Fragen, ja? Da sagen die Leute, guck mal, der ist schwach. Oder sagst du, ja, guck mal, wir leben hier ja heutzutage im Schwäche. Weißt du, was ich gesagt hab? Ja. Gute Frage, stimmt, hast du recht. Und dann hab ich danach etwas erklärt, der guckt mich an, geht zu seinem Platz, als wenn er, verschissst du, der hat gesagt, er hätte voll den Burner gebracht und dann sagst du einfach, ja, stimmt. Und dann hab ich etwas dazu erklärt, da waren so viele Deutsche im Publikum, kein Mensch hat sich beschwert. Danach krieg ich eine E-Mail, paar Tage später, sagt er, ich bin der Sohn, der zu dir zum Vortrag gekommen ist, ich wollte dir nur sagen, ich war total beeindruckt von dem Vortrag, nicht von deinem Inhalt, sondern von dieser Selbstsicherheit, die du ausstrahlst. Und wir sagen bei uns, wer so eine, wer so eine Selbstsicherheit ausstrahlt, sagt, MashaAllah, sagt er, der ist vom Heiligen, der sagt, ich bin Prediger in einer Kirche, ich studiere Theologie in der Universität, ich kann Hebräisch und Griechisch. Ich kenne die Information, die gebracht hast, aber durch dieses, sagt er, wir sagen bei uns, wer so redet, der ist vom Heiligen Geist unterstützt. Aber du bist ja, du bist ja kein Christ, also kann ich der Heilige Geist ja nicht unterstützen. Und deswegen möchte ich jetzt Arabisch lernen, um zu sehen, was dich unterstützt. Die Geschichte habe ich ein paar Monate später in einer Moschee erzählt, um den Leuten zu sagen, Leute, keine Angst, das ist unsere Religion, da stehen wir zu und interessiert uns nicht. Am selben Tag kriege ich eine E-Mail, das war ungefähr sechs Monate später, ich habe heute den Islam angenommen. Wisst ihr, wie oft, wie sowas passiert ist, Leute, deswegen, absoluter Gehorsam, jetzt geht es weiter. Wahrhaftigkeit im Iman. Ich gebe euch eine Sache von Wahrhaftigkeit im Iman, ich gebe euch ein Beispiel. Haram ibn Milhan, kennt ihr die Geschichte? Ach, der wurde mit einer Lanze, wurde ihm durch den Rücken gestochen, dass die Lanze vorne rauskam. Was hat er gesagt in dem Moment? Fustu wa rabbi al kaaba. Ich habe gewonnen beim Herrn der Kaaba. Kannst du es vorstellen? Ach, stell dir bitte das vor, diese Verletzung, wie schmerzhaft das sein muss und nicht nur der Schmerz, sondern auch dieser psychologische Schock. Versteht ihr diese psychologische Schock? Weil du weißt, jetzt geht es vorbei, Ach, dein Leben ist vorbei. Ende. Du musst von der ganzen Familie verabschieden, und der sagt, ich habe gewonnen beim Herrn der Kaaba. Dritte Eigenschaft, ihre Enthaltsamkeit vom Leben. Das größte Problem, was wir heute mit vielen Leuten haben, ist, dass sie gerne gemütlich leben wollen. Und die Dauer, was wurde die? Wurde immer bekämpft. Und da wollen sie nicht bekämpfen, weil sie sagen, wir distanzieren uns. Und gemütlich leben, schöne Moschee treffen, bisschen essen, bisschen trinken, bisschen lachen, bisschen Spaß haben. Aber es ist kein Spaziergang. Das ist kein Spaziergang. Das muss man verstehen. Sucht von der Religion, da sagt zum Beispiel, Ibn Mas'ud, der sagte zu den Tabi'in, ihr habt keine Taten. Aber die Sahaba, die sind besser als ihr. Warum? Leannehum azhadu fil dunya wa arrabu fil akhira. Denn sie sind, ja, enthaltsamer in Diesseits und sie haben mehr Wunsch auf das Jenseits. Brüder und Schwestern, wie kriegen wir das? Dieses Gefühl. Indem wir uns mit dem Koran beschäftigen, indem wir uns mit dem Jenseits beschäftigen. Und was ist Sucht? Ibn Notaymi er sagt, Sucht ist, alles, was einen nicht zu Allah näher bringt zu lassen. Alles, was einen nicht näher zu Allah bringt zu lassen. Zum Beispiel, manchen Luxus einfach mal wegzulassen. Es ist eine Sache, die dich, die dir Stärke gibt. Deswegen sagt er, hör mal drauf, Pause, Gebet? Ja. Pass auf, lass mich das kurz zu Ende machen, kurz, okay? Diese Eigenschaften, weil dann komme ich danach zum zweiten Teil des Vortrags. Amit al-Khatab, der sagt, ich schaue schon, ich schaue schon, das heißt, sei hart. Weil die Nerma, die bleiben nicht immer, es kommen harte Zeiten. Und das war auch eine Weisheit, warum die Botschaft nach Mekka gekommen ist, weil diese Leute waren harte Leute. Das waren keine Weicheier. Deswegen sage ich, Brüder, wir müssen uns mit den Eigenschaften schmücken und keine Weicheier sein. Dritte, vierte Eigenschaft. Vierte Eigenschaft. Es gibt da so viele Beispiele, die man nennen kann. Nenn mir eine Eigenschaft von Enthaltsamkeit, wo einer zeigt, mir bedeutet die Dunja nichts. Ich gebe euch ein Beispiel. Suhailo Rumi. Der ist nach Mekka gekommen, hatte nichts. Dann ist er reich geworden in Mekka und wollte dann Hijra machen, als er rausgegangen ist aus Mekka, haben sie gesagt, hör mal, du gehst hier nicht raus, außer du uns all deinen Besitz gibst. Ohne mit der Wimper zu zucken, gibt er ihn all den Besitz und wandert aus. All der zum Propheten, all der ist, der kam, sagt er, das war ein großartiger Handel gewesen, sinngemäß. Ja, das ist das. So, dann, vierte Eigenschaft, die Tapferkeit. Da gibt es so viele Beispiele von Tapferkeit. Hamza bin Abdul Talib, als er gestorben ist bei der Schlacht von Uhud, er ist durch die Reihen der Feinde durchgegangen. Durch die Reihen der Feinde durchgegangen. Abu Dujana, der ist durch die Reihen durchgegangen, der hat die platt getrampelt wie Heuschrecken. Jafar und Abi Talib, der ist in 200.000 Römer reingelaufen. Sie haben ihn in den rechten Arm abgeschlagen, da hat er die Fahnen in die linke Hand genommen, da haben sie ihm die linke Hand abgeschlagen, da hat er die Fahne mit Leil Eidallah hier unter seinem Rest von seinen Armen gehalten. Ja, und er hat weitergekämpft. Jafar und Abi Talib. Das, es gibt so viele Beispiele davon, Tapferkeit. Und deswegen sage ich euch, liebe Geschwister, das ist keine Religion für Pampersrocker. Und Weicheier und Heulsusen und Jammerlappen. Die Botschaft wird bekämpft. Das hat der Prophet, den Zahabern beigebracht. Und das müssen wir verinnerlichen und uns nicht einschüchtern lassen. Sechste, fünfte Eigenschaft, Loyalität und Lossagung des Kuffers. Allah sagt im Koran, la tajidu qawmin yukminuna billahi wal yawm al-akhir yuwa duna min haad Allah wa rasulah. Ihr werdet kein Volk finden, das an Allah den jüngsten Tag glaubt und dabei denjenigen Sympathie zeigt, die sich Allah und seinem Gesandten widersetzen. Wer war der größte Munafik in Medina gewesen? Abdullah ibn Uba'i ibn Salul. Als er getötet werden sollte, wer ist als erstes gekommen, um ihn zu töten? Diesen Unruhestifter? Sein Sohn. Abu Uba'i ibn al-Jarrah. Wen hat er in der Schlacht von Beddau bekämpft? Getötet? Seinen Vater. Ach so war die Loyalität für Allah hier. Das ist die Linie. Das muss man verinnerlichen. Das heißt jetzt nicht, dass ich auf die Deku gehe nach Hause und töte seinen Vater. Das ist eine ganz andere Situation. Aber ich rede vom System. Ich rede von der Verinnerlichung. Allah steht an erster Stelle. An erster Stelle. Und danach kommt lange nichts. Und dann kommt der Prophet a.s. Unsere Loyalität ist für Allah und den Gesandten. Und für diese Religion. Und wer sich Allah und den Gesandten und die Gläubigen zum Freund nimmt, so ist die Partei Allahs, so sind sie die Überlegenen. Sechste Sache. Zusammenhalt. Es hat mir immer versucht, ich die Lafad aus dem Weg zu gehen, weil sie keinen Neid zueinander hatten. Usman Ibn Afan zum Beispiel, Usman Ibn Afan, der hat vier Rakats in Mina gebetet, bei der Hatsch. Ibn Mas'ud hat ihn kritisiert. Hat das kritisiert, hat gesagt, das ist falsch. Aber dann hat Ibn Mas'ud hinter Usman vier Rakats gebetet in Mina. Da haben die Schüler von Ibn Mas'ud ihn gefragt, warum Ibn Mas'ud? Da hat Ibn Mas'ud gesagt, Al-Khilafu-Schar. Diese Meinungsverschiedenheit, die ist schlecht. Okay? Siebter Punkt, sofortige Taube. Sofortige Taube. Beispiel, die Frau, die zum Propheten a.s. gegangen ist und hat zugegeben, dass sie Siddar begangen hat. Nach einer Frau, die verheiratet ist, fällt in Sinne und sie hat so einen Iman, dass sie bereit ist, getötet zu werden dafür. Todesstrafe zu bekommen. Der Prophet schickt sie weg. Nach langer Zeit, sie kommt wieder. Der Prophet schickt sie nochmal weg. Nach langer Zeit, kommt sie wieder. Warum? Weil es einen Hadith gibt, der sagt, wenn einer für seine Sünden im Diesseits bestraft wird, ist seine Sünde getilgt. Sofortige Taube. Und jetzt sage ich zu dir, wer hätte den Iman, wenn er eine Sünde begangen hat, davon gereinigt zu werden im Diesseits. Und deswegen muss man gerade von dieser Sünde viel Abstand nehmen. Allah sagt über Sina, la taqrabu Sina, kommt der Sina nicht nah. Der sagt nicht, la ta'snu, macht keine Sina, sagt, kommt der Sina nicht nah. Warum? Weil es so gefährlich ist. Wenn der Mensch es sich nähert, kann er reinfallen. Wenn diese Frau reingefallen ist, die so einen Iman hatte, kann von uns jeder reinfallen. Möge Allah uns bewahren, Amy. So, das sind diese Eigenschaften. Dann gibt es noch weitere Eigenschaften, auf die ich nachher inshallah eingehen will. Inshallah. Wir machen erstmal Pause. Und dann geht es nachher weiter, inshallah. Jetzt beten wir erstmal, inshallah. subhanakallahumma bihamdik, ishalu wa la ila 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 ila, astafaru katubalik. Abraha, ihr kennt Abraha, der wollte die Kaaba zerstören. Warum? Weil er war ein Christ, die haben eine große Kirche in Sana'a gebaut, im Jemen. Und da kam ein Araber, die sollte Konkurrenz zur Kaaba werden. Zur Kaaba sind die ganzen Götze, die auf der arabischen Alte sind. Und da ist ein Araber, der hingegangen hat, sein Geschäft dort erledigt, hat alles an die Wände geschmiert. Dann war Abraha so wütend, dann ist er nach Mekka gegangen, mit seinen Elefanten. Es wird gegeben, verschiedene Überlieferungen, einer sagt, ein Elefant, manche sagen acht Elefanten, manche sagen 13 Elefanten. Auf jeden Fall, der größte Elefant von denen, der hieß Mahmoud. Dann sind sie, haben sie Kamele, das heißt, vor Mekka geklaut. Und diese Kamele waren von wem? Von Abdul Muttalib, dem Opa vom Propheten, a.s. Abdul Muttalib, der geht zu Abraha und Abdel Muttalib hatte eine charismatische, selbstbewusste Ausstrahlung und kommt rein und Abraha und hat sich auf den Boden gesetzt und Abraha, der ist von seinem kleinen Thron, den er mitgebracht hat, runtergegangen, hat sich mit ihm auf den Boden gesetzt, weil er so beeindruckt war. Dann sagte Abdel Muttalib zu Abraha, der war der Führer von Jemenis, sagt der, ich bin gekommen, um meine Kamele zurückzufordern. Jetzt hört gut zu, was Abraha sagt. Jetzt sagt Abraha, ich habe allen Respekt dir gegenüber verloren. Als du gekommen bist, ich hatte so einen Respekt vor dir gehabt, aber jetzt fragst du mich nach Kamele und ich bin gekommen, um euer Heiligtum zu zerstören und du fragst mich nach Kamele. Was zeigt das? Bruder, das zeigt, die Leute haben Respekt vor demjenigen, der zu seiner Religion steht. Das müssen wir verinnerlichen. Nicht über dieses, ach ja, ich könnte schlecht machen. Bruder, die Leute haben Respekt vor Leuten, die hinter ihrer Religion stehen. Und ich kann euch das bezeugen, bevor ich den Islam angenommen habe, was ich krass fand, wenn die Muslime so hinter ihrer Religion standen. Das zieht einen an. Damit strahlt man aus, diese Religion ist was wert. Aber wenn man bei jedem Wind zu knee, ach ja, ich kann nicht und ist so schwer, diese ganze Jammerei, das muss man ablegen. Und dann, was sagt, was sagt, was sagt jetzt Abraha, der sagt, die Kamele sind mir. Und ich fordere die zurück. Die Kaaba, das Haus, gehört Allah. Und Allah wird es schützen. Ach ja, das war das Verständnis von Abdur Muttalib. Und dann wisst ihr, was passiert ist, die Vögel kamen, wie viele Steine hatte jeder Vogel? Drei Stück. Zwei in den Händen, einen im Mund, haben die auf die draufgeworfen. Bei jedem Wurf, wenn einer getroffen wurde vom Stein, hat er sich praktisch aufgelöst. Und Abraha selber, der ist also bis nach Jemen zurück und unterwegs, die Nägel sind ihm abgefallen, da ist er elendig krepiert. Was ich sagen will ist, den Islam kann keiner verbieten. Aber Allah hat uns die Ehre gegeben, den Islam zu verteidigen. In Tamsurullah yansurkum. Aber wenn du es nicht machst, Allah wird jemanden anders bringen. Brüder, Allah sagt im Koran. Wer sich von euch, von der Religion abwandert, dann wird Allah mit einem Volk kommen. Wenn ihr euch abwandt, von der Religion, Allah wird mit einem Volk kommen, dass ihn liebt und die ihn lieben. Und was sind die? Die sind demütig zu den Gläubigen und mächtig auftretend gegenüber dem Kuffer. Ich sage dir eins, schau dir an, wer mächtig auftretend gegenüber dem Kuffer ist. Schau dir die Welt an. Oder bist du ein Dukker? Lass mich ducken. Brüder, ich sage euch, ich habe so einen Stolz, wenn ich Frauen sehe, die Kopftuch richtig tragen und die Neqab tragen, sehe die auf der Straße. Weil das heißt, Islam ist in Deutschland angekommen. Ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist jetzt anderthalb Jahre, wisst ihr, wie ich den genannt habe? Mohammed Vogel. Weil, ich habe gesagt, da kommt so cool der Name, weil du musst dir vorstellen, du kommst zu irgendeiner Idara und dann steht da Mohammed Vogel. Das heißt, Islam ist in Deutschland angekommen, oder? Wir müssen was für die Integration tun, liebe Schüster. Auf jeden Fall. Ach, wir müssen eins verinnerlichen. Und es ist mir egal, Bruder, da dürfen wir auch keine Angst haben, das auszusprechen. Ach, wenn uns, Bruder, der Prophet, die konnten nur Erfolg haben, weil er ihnen das beigebracht hat. Obama, Merkel und Co. besitzen keinen einzigen Atom im ganzen Universum. Und wenn wir das nicht verinnerlichen, werden wir von Allah erniedrigt werden. Das ist der erste Schritt, da kommen wir gleich zu. Und jetzt seid ihr fertig mit Essen? Gut, dann machen wir jetzt weiter mit dem Vortrag, inshallah. Wir haben über sieben Eigenschaften geredet, der Sahaba. Da haben wir genannt, absoluter Gehorsam, Wahrhaftigkeit im Iman, Sucht, Enthaltsamkeit, einzigartige Tapferkeit, Loyalität und Lossagung, Zusammenhalt und sofortige Tauber. Wenn wir so sein wollen wie sie, müssen wir uns mit diesen Eigenschaften schmücken. Jetzt werden noch einige Eigenschaften im Koran genannt. In den Versen, wo die Sahaba gelobt werden, Suche 7, 5, Vers 10. Das heißt, nicht gleich sind unter euch diejenigen, die vor der Oberung gespendet und gekämpft haben, die sind nicht gleich, wer nach der Oberung gespendet und gekämpft hat. Das heißt, die, die vor der Oberung gespendet und gekämpft haben, haben einen gewaltigen Lohn bei Allah subhanahu wa ta'ala und allen hat Allah Gutes versprochen. Das ist ein Anspruch an die Sahaba. Das heißt, dass man sich für diese Religion einsetzt, dass man für diese Religion Geld ausgibt. Eine Weisheit, warum, ich habe eben gesagt, eine Weisheit, warum der Islam in die arabische Halbinsel gebracht wurde, war was? Weil die hart waren. Das waren keine Weicheier. Deswegen dürfen auch keine Weicheier sein. Keine Pampers Rocker. Zweite Eigenschaft, die waren mutig gewesen. Dritte Eigenschaft, die waren großzügig gewesen. Weil diese Religion wird von Großzügigkeit und von Mut getragen. Als die Sahaba in die Länder gekommen sind, man hat sie nicht als Besatzungsarmee wahrgenommen, sondern man hat sie als Befreier wahrgenommen, die den Menschen geholfen haben, die etwas getan haben. Aber wenn Aas hat sich um die Infrastruktur zur damaligen Zeit schon in Ägypten gekümmert, als er die erobert hat. Aber wenn Aas. Ach, und diese Iza, diese Kraft, diese Power, die sie hatten. Ja, ach, damals in Ägypten, das war unter, christlicher Herrschaft, unter römischer Herrschaft in dem Sinne, die haben sich versammelt. Die haben Soldaten gesammelt, tausende, um Amr ibn Aas platt zu machen. Was hat Amr ibn Aas gemacht? Der hat einen Brief nach, zu Omen al-Khattab, nach Medina geschrieben. Schick mir Verstärkung. Da hat er ihm Verstärkung geschickt. Vier Mann und einen Brief. Du musst dir vorstellen, wie hat sich Amr ibn Aas geführt? Ich meine, der denkt vielleicht, da sind tausend Leute, ich will Verstärkung, der schickt mir vier Mann, was will ich mit vier Mann, denkt er sich vielleicht. Und dann steht in dem Brief, ich habe dir vier Leute geschickt, jeder von denen ist mit tausend. Einer von denen war al-Zubay ibn al-Awa gewesen. Aber auf jeden Fall, das waren diese Eigenschaften, dass man für die Religion was ausgibt. Da sage ich dir, gucke du, wo du etwas tun kannst. Und jeder soll wissen, die Sahaba hat unterschiedliche Stärken. Der eine überkämpfer, Khalil al-Walid, Khalil al-Walid hat im Koran Fehler gemacht. Überflutung ist nicht so schlimm. Lass das, das ist nicht schlimm. Ist nur Wasser. Nee, können wir doch so lassen, oder stört das ein? Also mich stört es nicht. Lass ruhig, lass ruhig, ist egal, das geht schon, das verdunstet schon. Nee, lass ruhig, das verdunstet schon. So, Khalil al-Walid, der hat gesagt, der hat mich vom Koran sozusagen beschäftigt, sodass ich keine Zeit dafür hatte. Er meint damit keine Zeit, den komplett auswendig zu lernen und sich perfekt damit zu beschäftigen. Aber er hat seine Aufgabe gemacht. was war die Tat von Uthman die ihn nach vorne gebracht hat? Was? Was war die Tat, die ihn das Paradies praktisch im Endeffekt gegeben hat? Spende. In der Razwa sagte der Prophet das war die letzte große Razwa. Er sagte, ma darra Uthmane, ma fa'ala bad li'aum. Uthman wird nicht schauen, was er danach macht. Dann gab es Sahaba, die waren die Experten, worin? Im Koran. Obe Ibn Ka'ab, Seid Ibn Therbit, Abu Musa al-Ash'ari. Die waren aber vielleicht nicht Ausnahmeerscheinungen im Hadith. Im Hadith war da der Experte, Abu Hurera. Das heißt, der Prophet a.s. das ist eine besondere Eigenschaft des Gesandten, an die wenige denken. Der war ausgezeichnet darin, die Menschen nach ihren Talenten zu beschäftigen. Und das müsst ihr wissen. Jeder von euch hat eine Aufgabe. Und meistens ist das, was er gerne macht. Der eine hat Geld, der andere hat Kraft, der andere hat Ideen, der eine kann reden. Jeder hat etwas anderes. Schaue, wo dein Talent ist und bitte Allah darum, dir dein Talent zu zeigen. Brüder, die meisten Menschen heutzutage, die Erfolg haben in einem Bereich im Leben, die haben das Glück gehabt, in Anführungsstrichen, ihr Talent zu finden. Stell dir mal vor, Michael, stell dir mal vor, Mike Tyson hätte versucht, Basketballspieler zu werden. Von dem hätte kein Mensch gehört, aber der hat sein Talent gefunden. Der konnte halt Leute zusammenschlagen, sozusagen. Das heißt jetzt nicht, dass das Talent gut ist oder schlecht, aber ich rede von der Realität. Michael Jordan, stell dir mal vor, der hätte niemals Basketball gespielt. Wird ihn kein Mensch kennen. Das heißt, jeder muss sein Talent finden und das ist sogar in den Sportarten selber. Stell dir mal vor, Mohammed Ali würde boxen wie Mike Tyson, ist völlig der falsche Stil für ihn. Das heißt, jeder muss gucken, was er kann und jeder kann etwas bewirken, aber das ist der Erfolg von Allah. Das Problem ist, heutzutage wird uns immer die Jammerlappen-Mentalität beigebracht. Wir können nicht. Der Prophet war anders. Der Prophet war anders und die Sahaba waren die Besten, weil sie den besten Lehrer und die beste Erziehung hatten. Heute wisst ihr es selber, in jeder Moschee, oh nee, gefährlich, das schaffen wir nicht. Bruder, der Prophet a.s. der geht zu, guck mal, in einer Zeit, die Dauer war völlig zu. Die haben ihm alles verboten im 10. Jahr, nachdem Abu Talib und Khadijah gestorben ist. Er geht nach, er geht nach, nach dem Ta'af, er wird gesteinigt, dass das Blut in seinen Füßen steht. Er kommt zurück und er muss Schutz suchen bei einem Mushrik Al-Mutt ibn Adi und er kommt nach Mekka rein. Das Erste, was er macht, er geht zu Ka'ab und macht Tawaf. Und betet dort, damit sie sehen, es geht keinen Millimeter zurück. Dann, im 11. Jahr, er geht zu verschiedenen Stämmen, da kommt er zu einem Stamm, der heißt Ben-Ushay-Ben. Die sind im Nordwesten, im Nordosten von der Arabischen Halbinsel zur Grenze zu Persien. Die sagen zu ihm, okay, wir helfen dir. Guck mal, der Prophet braucht Hilfe. Dem steht das Wasser bis hier. Die wollten ihn davor schon töten. Jetzt ist Abu Talib, der ihn drei Jahre geschützt hat. Die hatten drei Jahre Hunger gehabt. Der ist gestorben in dieser Situation. Der fragt diesen Stamm. Es müsste im 11. Jahr gewesen sein. Oder sogar schon im 10. Jahr. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber spielt doch prinzipiell keine Rolle, für den Punkt, auf den ich kommen will. Er will von denen Hilfe haben. Und diese Leute aus Persien, die da in der Nähe von Persien leben, die sagen, wir sind ein starker Stamm, wir helfen dir. Aber nur gegen die Araber, nicht gegen die Perser. Weil die Perser sind zu gefährlich. Da lehnt der Prophet, a.s.w. die Hilfe ab. Diese Religion kann nur derjenige helfen, der sie von allen Seiten entfasst. Und dann sagt er zu denen, ihr werdet Persien bald erobern. Ach, in welcher Situation sagt er das? Er sagt das in der Situation, wo er in Mekka schon keine Chance hat. Du sagst dir, wo ist Persien, wo sind die Araber? Ach, die Persien, die Araber haben zur damaligen Zeit gesagt, 1000 werden nicht aufgrund ihrer niedrigen Anzahl besiegt. Bei der Schlacht von Urt haben die Quraysh 3000 Soldaten zusammenbekommen, indem sie die Stämme drumherum noch zusammengetrommelt haben. 3000. Wisst ihr, wie viele Soldaten die Perser hatten? 2 Millionen. Du sagst dir, wovon reden die 2 Millionen? Der redet davon, die zu besiegen. Die sind froh, wenn sie mal 300 Leute zusammenbekommen. Was ich damit sagen will, ist, Bruder, diese Einstellung müssen wir haben. Das ist die Einstellung, die der Prophet, a.s.w. den beigebracht hat. Und das ist die Einstellung, mit der die Muslime stark waren. Und nicht mit dieser Jammerlappen-Mentalität. Achim Mohamed El-Ferti, der hat seinen Botschafter zum byzantinischen König in Konstantinopel geschickt. Da hat er dem den Brief vorgelesen, entweder Jizya oder Islam annehmen oder geht die Post ab. Der Führer hat sich kaputt gelacht. Er hat gesagt, meint ihr das ernst? Oder ist das dein Ernst hier? Meint der Moment und fertig? Meint ihr das ernst? Guck mal, was er gesagt hat. Er hat gesagt, ja, der meint das ernst. Er glaubt wirklich daran. Und alle, die mit ihm sind, glauben daran. Was heißt das? Wir müssen diesen Glauben im Herzen haben, Bruder. Dass diese Religion nach vorne geht. Egal, was Müller-Meyer-Schmidt sagt. Damals, wisst ihr, was die Muslime-Kuhn sich lustig gemacht haben über die Gläubigen, als sie so wenige waren, sie haben sich über sie lustig gemacht und haben gesagt, das sind die Führer der Welt. Weil schon von vornherein der Prophet gesagt hat, wir werden die Welt erobern. Das ist die Einstellung, die man haben muss. Und nicht immer diese, bitte lass mich in Ruhe leben. Hauptsache, ich habe Pizza und Mezzomix zu Hause. So, zweite Eigenschaft. Guck mal, wir haben gerade die Eigenschaft genannt, etwas ausgeben. Zweite Eigenschaft, Sura 9, 5, Vers 8. Lilfukara'il muhajirina allazina uhriju min diyari mu'amwalihim yabdaruna fadlam min Allahi wa ridwana. Ja, die ausgewanderten Armen, die rausgeworfen worden sind aus ihren Häusern und von ihrem Vermögen. Was wollen die? Die Huld von Allah und sein Wohlgefallen. Das heißt, wir müssen für die Huld von Allah und seinem Wohlgefallen arbeiten. Um Erfolg zu haben. Und das ist auch ein Beweis wieder gegen die Schiiten, die sagen, die waren Munafikun. Allah sagt dir ganz klar, die wollten die Huld von Allah und sein Wohlgefallen. Allah weiß, was in den Herzen ist. Okay? Wie konzentriert man sich darauf, indem man sich immer wieder verinnerlicht, worum es geht, um das Jenseits. Okay? Dann sagen sie, fadlami lalai wa ridwana, wa yansuruna Allah wa Rasulun. Helfen Allah an dem Gesandten. Das heißt, ihr müsst wissen, wie könnt ihr diese Religion nach vorne bringen. Macht euch Gedanken darüber. Ulaika humus sadikum. Dies sind die Wahrhaftigen. Wahrhaftigkeit. Das ist eine Eigenschaft, die man braucht, um nach vorne zu kommen. Wahrhaftigkeit. Ehrlichkeit. Der Muslim ist kein Lügenbaron. Der ist gerade, der ist straight. Ich erzähle euch eine Geschichte. Jafar bin Abi Talib, der Bruder von Ali. Wir haben eben über ihn erzählt, ihm die Hände abgeschlagen worden sind. Das war der Führer der Nijershi in Abyssinien. Wer kam da hin? Da haben sie Amr bin Asd dorthin geschickt. Radiallahu anhu, also noch kein Muslim war, nur Abdullah bin Abi Rabia. Die sollten die zurückholen. Da kam diese legendäre Rede von Amr bin Asd von dem Nijershi. Und dann kam Amr bin Asd am nächsten Tag, der hat gesagt, ich komme mit etwas, womit ich diese Leute vernichte. Was war diese Sache? Hört bitte genau zu, Brüder und Schwestern. Diese Sache war was gewesen, dass er dem Nijershi, der Christ war, sagt, dass die Muslime sagen, dass Jesus, Isa, ein Diener Gottes ist. Er sagt zu dem Nijershi, die sagen was Gewaltiges über Isa, was ganz Schlimmes sozusagen. Die sagen, der ist ein Diener Gottes, nicht anbetungswürdig. Das ist der Punkt, das ist das Problem hier. Das ist der Unterschied zwischen uns und ihnen. Die Muslime werden geladen, was sagt Jafar Abi Talib? Er sagt, Wir werden sagen, was Allah gesagt hat und was der Prophet, womit er gekommen ist zu uns, egal was passiert. Egal was passiert. Das ist die Eigenschaft, die Allah liebt. Das ist die Eigenschaft, wo Allah Baraka gibt. Wenn du kein Baraka, kein Segen von Allah hast, wirst du keinen Erfolg haben. Jetzt fragen sie Jafar Abi Talib eine Frage. Jafar Abi Talib steht vom Nijershi. Du musst dir vorstellen, achi, es geht fast, es ist eine gefährliche Situation. Was sagt ihr über Isa? Nee, Quatsch, Entschuldigung, der sagt, ja genau, was sagt ihr über Isa, sagt er. Guck mal, ganz wichtig. Er sagt nicht, sagt ihr über Isa, er ist ein Abt. Hätte er gesagt, er ist ein Abt, hätte Jafar nur die Chance, zu sagen, ja oder nein. Aber er sagt zu ihm, was sagt ihr über Isa. Das heißt, der Nijershi gibt Jafar die Chance, auszuweichen. Jafar kann jetzt eine halbe Stunde reden, ohne eine einzige Meinungsverschiedenheit mit den Christen zu erwähnen. Er kann sagen, ja, wir glauben, der ist von der Jungfrau Maria geboren, die Christen sagen, ja, super. Wir sagen, er hat Wunder gewirkt. Ja, die freuen sich alle. Der kann eine halbe Stunde reden, der kann alle möglichen Wunder erzählen. Was ist das Erste, was Jafar und Abi Talib sagt? Der sagt, wir sagen, was Allah gesagt hat, was der Prophet sagt. Hu Abdullah, er ist ein Diener Gottes. Kannst du dir vorstellen, das Erste, was der erwähnt, ist der Unterschied, ist das Problem. Das ist das Erste, das Allererste, was der erwähnt, nicht am Ende. Der hätte das gar nicht erwähnen müssen, weil der hat den Jafar, was sagt ihr über den? Der hätte das gar nicht erwähnen müssen, der hätte sagen müssen, ist egal. Das Erste, was der erwähnt ist, er ist ein Diener Allahs. Der hat nicht gesagt, ja, wir leben hier, wir wollen keine Probleme, wir integrieren uns, Frieden, Freude, Eierkuchen, bla bla bla. Der sagt, er ist Diener Gottes, Diener Allahs. Guck mal, das ist der Punkt. Ulai ka humu sardikum, das sind die Wahrhaftigen. Und vor den Wahrhaftigen, die zu ihrer Region stehen, haben die Leute Angst und Respekt. Alhamdulillah. Jetzt, nächster Punkt. Das sind jetzt die Ansar, die schon vorher im Iman und in dem Haus, das heißt, die in Medina waren, die lieben diejenigen, die zu ihnen ausgewandert sind. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir die Liebe zu unseren Geschwistern verstärken. Und wie kann man das tun? Indem man mal öfters anfängt, Meinungsverschiedenheiten mal richtig zu betrachten. Sind unsere Meinungsverschiedenheiten die Grundlagen der Religion? Das heißt, du sagst, die Sahaba sind Kuffar. Oder Allah ist nicht in der Welt, nicht außerhalb der Welt, nicht getrennt von der Welt, nicht verbunden mit der Welt. Oder ist unsere Meinungsverschiedenheit, geht es hier um eine gewisse Wahrnehmung der Lage? Ich gebe dir ein Beispiel. Heutzutage aktuelles Beispiel, wie heißt das? Humanitäre Hilfe. Welche Organisation soll man unterstützen? Ach, da sind mittlerweile sich Brüder am Streiten. Ja, nee, also diese Leute an Saar Düsseldorf, die sind schlecht, weil die machen dieses und jenes. Und diese Leute helfen und diese Leute so und so. Ach ey, ist das ein Grund zum Streitsein, wer besser ist oder wer schlechter ist? Wo soll ich das wissen, wer besser ist? Dieser Typ ist Käfir. Kenn ich den? Du wachst jetzt von mir, als ich den zum Käfir erkläre, kenn ich den. Ich kenne und weißt noch nicht mal, aber du erzählst mir, der hat das und das gesagt, ich habe andere Sachen gehört. Okay, du sagst Käfir, nach dem, was du gehört hast, du hast von dem gehört, der hat gesagt, wer dieses und jenes macht. Ja, aber ich habe das nicht gehört. Aber warum bohren wir immer in diesen Sachen rum? Versteht ihr, wenn wir mal sagen würden, guck mal, wir leben in einem, wir sind in einem Raum, jeder der aus der Fenster guckt, sieht was anderes. Unsere Grundlage, auf der wir stehen, ist dieselbe, Koran und Sunnah, aber wie ich das Problem betrachte, wie ich damit umgehe, kann man unterschiedlich sehen. Man macht immer Ausnahmen, Mücken, Elefanten. Zum Beispiel, zum Beispiel, ich sage in einem Video, ich sage in einem Video, sage ich, ja, wir unterstützen die freie syrische Armee. Hey, da sagt einer, ja, die freie syrische Armee, die machen dieses, jenes. Der ist mich jetzt am kritisieren. Ja, achi, das ist deine Wahrnehmung. Das ist das, was du siehst. Ach, ich bin nicht in Syrien und ich kann das nicht genau beurteilen, warum tadelst du mich dafür, was du gesehen hast, was ich nicht gesehen habe und wir machen einen riesigen Konflikt und einen riesigen Streit darüber und der Einzige, der sich am Ende darüber freut, ist Bashar al-Assad. Und das geht so weit, bis er dich zum Käfer erklärt, weil du sagst, die freie syrische Armee, habe ich einen kompletten Überblick über die Situation. Das heißt, mal bei Brüdern nach Entschuldigungen suchen. Bei Brüdern zu Entschuldigungen suchen. Bruder, ich sag dir eins. Ich sag euch eins. Wir haben einige Aktionen gebracht, wo dann Brüder groß rumgeblökt haben und kritisiert haben und alles. Wenn ich mit einem zusammengesessen habe und habe ihnen die Situation erklärt, was ich gesehen habe, alle haben gesagt, boah, krass, so kann man das auch sehen. Der, der in der ersten Reihe steht, sieht andere Sachen als der, der in der letzten Reihe steht. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Jetzt zum Beispiel, jetzt zum Beispiel sagen Leute, ja, die Akhwam-Muslime in Ägypten, die hätten nicht dort stehen sollen, die wären lieber nach Hause gegangen und so weiter. Ich sage zu denen, wer hat einen besseren Überblick über Ägypten? Du, aus Deutschland, ganz weise, ja, nein, das war falsch, ich bin nicht. Oder derjenige, der dort steht, der hat vielleicht was anderes gesehen, der hat vielleicht gesagt, wenn wir nach Hause gehen, da kommen die zu uns nach Hause, nehmen uns zu Besuch fest, also haben wir sowieso keine andere Möglichkeit, außer dort stehen zu bleiben, damit die Welt die Ungerechtigkeit sieht und dafür opfern wir auch unser Leben. Was ich sagen will, ist, ich will nicht sagen, die sind richtig oder der ist richtig, ich will damit sagen, bevor wir großartig rumblöcken, müssen wir uns erstmal ein Bild machen und das ist der Punkt und die bevorzugen sich über sich selbst und dann sagt Allah und wer von dem Geiz seiner eigenen Seele befreit ist, das sind die Erfolgreichen. Das heißt, wieder diese Eigenschaft, Geld ausgeben und hier sage ich natürlich gerade in der heutigen Zeit, Dawa, Projekte unterstützen in Deutschland und natürlich Syrien unterstützen. Aber es ist nicht das Einzige. Vielleicht habt ihr ein anderes Projekt, was gut ist. Ich sage zum Beispiel, das Lease-Projekt ist gut, bin ich der Initiator vom Lease-Projekt. Nein, bin ich nicht, aber ich sage trotzdem, das ist gut, ich sage, das ist ein gutes Projekt. Warum? Und der Bruder kann es bestätigen, die Bruder Jesu, es kommen so viele Leute auf einen zu, die mit einem reden und da kommt er auch wieder, ja, aber so und so. Achhi, wir reden nicht darüber, was ist das beste Projekt, da können wir unterschiedliche Meinungen sein. Du hast vielleicht, das Beste ist, mit jedem Käfer setzen wir uns acht Stunden hin und diskutieren mit ihm. Schaffen wir dann, mit 84 Millionen Menschen in Deutschland zu reden, rechne mal aus. Acht Stunden pro viermal 84 Millionen. Da brauchen wir aber lange, Kollege. So, und hier hast du die Möglichkeit, Bruder, und die meisten, die ich kenne, die in Islam angenommen haben, aber sehr viele, weil sie eine Übersetzung des Korans gelesen haben. Einer steht vor euch, das bin ich. Der andere sitzt da hinten, das ist der Ibram Thomas. Noch jemand dabei, wir haben hier nicht so viel Konvertierte. Da einer, da einer. Übersetzung. Das heißt, achhi, wir haben Erfahrung da drin. Achhi, wisst ihr, was ich krass finde? Achhi, ich rede mit Schuyuk, mit Sheikh Abu Sarkal Hawaini, Leute, die so viel Wissen haben, denen erkläre ich einem Mess-Eller, denen erkläre ich einem Mess-Eller, ganz genau von A bis Z, Kundgebung, weißt du, was der zu mir sagt? Abu Hamza, ich muss erst mal darüber nachdenken. Und dann sagt er nachher, ja doch, das ist eine gute Sache. Hier bei uns ist es so, jeder hat sofort ein Urteil. Ja, ist so. Rechts, links. Ich habe gerade zu dem Bruder, der kam zu mir mit einem Schreiben, habe ich zu dem Bruder gesagt, habe ich zu ihm gesagt, guck mal Bruder, wenn du mich fragen würdest, du musst nachher die Entscheidung treffen, würde ich sagen, mach das nicht. Aber ich will mir diese Sache nochmal genau angucken. Weil es kann durchaus sein, dass du was übersehen hast, es kann sein, dass du etwas falsch wahrgenommen hast, dass du etwas falsch verstanden hast. Das heißt, wenn man ein Urteil fällen muss, man muss sich ein genaues Bild machen. Und wenn wir das immer machen würden, wenn wir eine Entschuldigung für den Bruder und die Schwester suchen, dann würde diese Liebe unter uns vorhanden sein. Deswegen nochmal, spendet für die Brüder. Dann. Jetzt was anderes. Guck mal. Die Schiiten, was sagen die über die Muhajirun und Ansar? Kuffer. Die stehen am Grab von Abu Bakr, sind in einem Verfluchen und so weiter. Was sagt Allah? Guck mal, Allah nennt hier zwei Gruppen. Erstens Muhajirin, dann die Ansar. Über die Muhajirun sagt er Sadikun, über Ansar sagt er Mufluchun und dann sagt er die Gruppe, die danach kommt. Das suchen 9, 5, 5, 10. Die dir nachkommen, die sagen, oh Allah, vergebe uns und denen, die uns zuvor im Glauben gekommen sind. Du verfluchst dich. Das heißt, du bist laut Koran auf dem falschen Weg, Kollege. Jetzt die Frage, warum sind einige Leute so, dass sie sagen, wir können nicht so werden, wie die Sahaba. Und ich habe ja schon gesagt, wir können von der Huld nicht so werden, aber vom Aja. Aber es geht mir nicht darum, ob wir so werden oder nicht. Natürlich, ich möchte, dass wir sie als Vorbild nehmen und zumindest danach streben, so zu werden. Warum? Erste Sache, sie sagen, ja der Prophet der ist nicht mit uns. Und ich habe schon gesagt, einer der Hauptgründe, warum die Sahaba so geworden sind, wie sie sind, weil sie den besten Lehrer hatten und das beste Lehrsystem, den besten Lehrplan. Aber den Lehrplan, den haben wir immer noch bei uns und da komme ich gleich zu. Zum Lehrplan. Das heißt, wir haben den Propheten, die ich neben uns, aber durch diese Geschichte muss er in unserem Herzen lebendig werden. Wenn wir diese Geschichte von Hanain, was ich eben erzählt habe, dann, zweite Sache ist, es gibt bei manchen einen Rulu, eine Übertreibung bei den Sahabern, dass sie denken, die Sahaba machen keine Fehler und das ist dann etwas, wo die Schiiten kommen. Die Schiiten kommen, dann guck mal hier, dieser Sahabe hat diesen Fehler gemacht und dieser Sahabe hat diesen Fehler gemacht und dieser Sahabe hat diesen Fehler gemacht. Was sagen wir dann zu den Schiiten? Wir sagen, wir haben nie gesagt, dass die Sahaber die Stufe von Propheten haben. Haben wir nie gesagt. So ein Sahabi kann Fehler machen, ganz klar und deutlich. Der Prophet, der Prophet hat sie verbessert. Sie haben Toba gemacht. Und das ist gerade die Weisheit dahinter. Schaut mal. Warum hat Allah keine Engel gesandt als Propheten zu uns? Warum hat er einen Menschen gesandt? Weil wenn er einen Engel gesandt hätte, hätten alle gesagt, das ist ja sowieso ein Engel. Ist klar, dass der fünfmal am Tag betet, der muss nicht essen, trinken wie wir. Ist ja was ganz anderes. Jetzt bei den Propheten sagen sie auch, ja okay, hier ist der Prophet. Viele Muslime sind zuerst der Prophet. Aber jetzt kommen die Sahaber. Das ist keine Ausrede mehr. Das ist ein Mensch, der auch nicht ma'asum ist vor Allah. Das ist eine Weisheit, die dahinter steckt. So jetzt. Was habe ich gesagt? Der beste Lehrer und der beste Lehrplan. So. Und ich habe hier zehn Punkte aufgeschrieben, die der Prophet a.s.w. den Sahabern beigebracht hat, gerade in der Anfangszeit. Wenn du heute jemanden fragst und fragst ihn zu ihm, was hat der Prophet a.s.w. zum Anfang beigebracht, dann sagt er sofort Tauhid. Nur Tauhid. Dann sagst du, wie viele Jahre? Sagt er zehn Jahre. Ich sage erst mal, es ist falsch zu sagen, der Prophet a.s.w. hat nur Tauhid beigebracht. Er hat sehr viele Sachen beigebracht, die dazu gehören. Er hat sich auf Tauhid konzentriert und jede Sache im Islam geht auf Tauhid zurück. Deswegen zum Beispiel, der Koran unterteilt sich in viel, viele Dinge von Themen her. Die Gelehrten sagen in drei Teile. Erstens, Geschichten. Zweitens, Ach-Kam-Regel. Drittens, Tauhid-Akida. Erstens, Tauhid-Akida. Zweitens, Christus. Drittens, Ach-Kam-Regel. Oder wie du willst, von mir so oder so. Okay? Ibn al-Qayyim sagt, alles im Koran ist Tauhid. Warum? Weil die Ach-Kam, die Regeln, mit welcher Kategorie von Tauhid sind sie verbunden? Mit Uluhiyah. Du betest, warum? Zum Wohlgefallen Allah. Du fastest, zum Wohlgefallen Allah. Die Kisas, worum geht es dort? Es geht um die Kisas, also die Geschichten, um die Geschichten, wie die Propheten die Botschaft verbreitet haben. Welche Botschaft? Tauhid. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir über das Gebet reden, wenn wir über Fasten reden, wenn wir über Geschichten reden, wenn wir über Geduld reden, über Standhaftigkeit reden, über Mut reden, über Dschihad reden, das ist nicht vom Tauhid losgelöst. Ganz im Gegenteil, das ist ein falsches Tauhid-Verständnis. Manche Brüder denken, der Tauhid wäre darauf beschränkt, dass ich in der Moschee sitze und sage, in der Tauhide, yankasimu lafelafatil aqsam, al-awal Tauhidu rububiyya. Ja, der Tauhid unterscheidet sich in drei Kategorien. Nein, das ist ein Mittel, um Tauhid näher zu bringen. Aber der Prophet, alaihi s-saritin, hat noch ganz andere Mittel, um Tauhid näher zu bringen, die Geschichten, die er beigebracht hat. Und deswegen sage ich euch, die erste Lehrmethod, das Erste, was er in die Herzen reingepflanzt hat, ist, der Adhimul Khaliq, die Verehrung des Schöpfers und seines Kadars und seines Vorherbestimmungen. dass man Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass er überall im steht. Schau dir diese Sura an. Kul hua Allahu ahad, Allahu samad, lam yelit wa lam yulit. Und deswegen sage ich, Bruder, wenn wir, Tauhid ist nicht nur, ich lerne eine Regel auswendig. Tauhid ist, dass ich etwas verinnerliche. Dass ich verinnerliche, dass ich mir vorkomme, durch die Straße gehe und verstehe, dass, wenn Allah auf meiner Seite ist, dass mich niemand besiegen kann. Ach, dieses Gefühl müssen wir haben, und ich habe eben schon gesagt, Merkel und Co., die besitzen kein Atom im Universum. Das erzählst du in manchen Moscheen, da fangen die an zu zittern. Ja, das sagen wir nochmal, die besitzen kein Atom im Universum. Weil dieses Gefühl musst du im Herzen haben, um stark zu sein. Damit dein Licht durch die Dunkelheiten, die Dunkelheiten zerschneidet. Dieses Gefühl muss haben, und das ist das Erste, was der Prophet alaihi salatu wassalam den Sahabern beigebracht hat. Volles Vertrauen auf Allah. Allah steht über allem. Warum? Ansonsten hätten sie es niemals geschafft, die Folterung zu bestehen. Die ausweglos erscheinende Situation zu überstehen. Aber sie haben verstanden, um wen es geht, um Allah. Die zweite Sache, ta'zimul akhira, Verständnis, dass es um das jenseitige Leben geht. Deswegen siehst du in der, übrigens, das war jetzt gerade Tauhid gewesen, dieses Verständnis, esma wa sifat, Namen und Eigenschaften. Das zweite Verständnis war, ta'zimul akhira. Deswegen siehst du in den mechanischen Versen, teilweise oder nicht nur, was wird da zum Beispiel erzählt, zum Beispiel Anker bot. In Vers Nummer 49. Und dieses Leben ist nur zur Streuung und Spiel. Aber das jenseitige Leben ist das wahre Leben. Wenn sie es nur wüssten. Achhi, das bereitet dich vor, dass du sagst, es geht sowieso um das jenseits, egal ob ihr mir bis den Kopf abhackt, egal ob ihr mir die Kehle durchschneidet, es geht um das jenseitige Leben. Und dann sagt der Prophet, a.s.w., wenn der Mensch, der die meiste Dinge, das schönste Leben in der Dunja hatte, nur einen Moment in die Hölle reingesteckt und wieder rausgezogen wird und wird dann gefragt, hast du hier etwas Schönes gesehen? Er wird sagen, nein. Wenn derjenige, der das schlimmste Leben gehabt hat, von denen, die ins Paradies gehen, nur einen Moment ins Paradies gesteckt wird und wieder rausgezogen wird und wird gefragt, hast du je etwas Schlechtes erlebt? Er wird sagen, ich habe nie etwas Schlechtes erlebt. Es geht um das Jenseits und das muss man verinnerlichen. So, wie kann man beide diese Sachen lernen? Durch Koran lesen. Mit Tadebbur, mit Verständnis. Es gibt Leute, die lernen den Koran, die können den Koran auswendig und die erzählen dir dann solche Sachen wie, ja, Frau Merkel, wir müssen Angst vor ihr haben. Die könnte die Religion verbieten. Da sagen wir, es müsste bei dir gereicht haben, der Koran hat dir nichts genutzt, das ist auswendig gelernt, das hätte reichen müssen, wenn du einmal gelesen hättest. Mit vernünftigem Verständnis. Dann, dritte Sache, Verständnis von Kadar, Vorherbestimmung. Weil dadurch kannst du das ertragen, was dir als Gläubigen passiert, wenn du weißt, das ist alles durch die Verherbestimmung Allahs und wenn du geduldig bist, kriegst du großen Lohn. Der Prophet a.s. das ist alles, was der Prophet den Sahabern beigebracht hat. Kadar, wo zum Beispiel Kadar? In der mechanischen Suche, Al-Kamr, Vers 49. Alles haben wir mit Kadar erschaffen. Übrigens, zu der Aussage, der Prophet hat zehn Jahre Tauhid beigebracht. Ich sage immer, die Aussage ist falsch. Warum? Der Prophet hat 23 Jahre Tauhid beigebracht. Nicht zehn Jahre. Es gibt immer wieder neue Details, die gebracht wurden. Das heißt aber nicht, wir bringen jetzt nur Tauhid bei, wir müssen den Leuten auch hierzu erzielen, über das Jenseit erzählen, über Kadar erzählen, das ist aber alles mit Tauhid verbunden. Heute manche Leute verstehen Tauhid, ich rede nur über Tauhid Uluhia und vergesse diese Sachen und Tauhid ist nicht nur, ich lerne was auswendig, ich muss es verinnerlichen. Vierte Sache, Tarikh, Geschichten, die ganzen Geschichten im Koran über die Propheten, wann wurden die offenbart? So gut wie ausnahmslos in der meckanischen Zeit. Warum? Damit die Sahaba von vornherein wissen, denjenigen, die vorher mit dieser Botschaft gekommen sind, die sind bekämpft worden, dann haben sie Geduld gehabt, sind standhaft geblieben, dann kam am Ende der Sieg von Allah und das ist der Weg. Wo ist der Beweis dafür im Koran? Und vor dir sind schon Gesandte der Lüge besichtigt worden. Also erstens, die werden bekämpft. Und dann bleiben sie geduldig, während sie der Lüge bezichtigt werden und ihnen Schaden zugefügt wird, bis der Sieg von uns zu ihnen kommt. Es gibt keine Veränderung im Versprechen Allahs. So läuft es. So läuft es. Du kommst mit der Botschaft, wirst bekämpft, bleibst standhaft, dann kommt der Sieg. Nicht anders. Schau dir alle Geschichten an. Musa, wann kam der Sieg? Als sie vor dem Roten Meer stehen. Als die Situation völlig aussichtslos erschien. Warum hat Allah die nicht vor in der Wüste versinken lassen? Warum hat Allah nicht vor schon in Mekka, in Mekka, Entschuldigung, als sie noch am Nil waren, als der Pharao noch in seinem Haus war? Warum hat er nicht einfach den Herzinfarkt sterben lassen? Nein, weil Allah sagt, wir suchen 29 Vers 1, merkt euch diesen Vers, liebe Geschwister, wir suchen 29 Vers 1, haben die Menschen gedacht, sie werden in Ruhe gelassen, nur wenn sie sagen, wir glauben, und sie werden nicht auf die Probe gestellt. Das ist Allah, was er sagt. Das sagt Allah. Heute gibt es Leute, die sagen, wenn du bekämpfst, warst du nicht weiser gewesen, er dauert. Wir haben die Furcht und die Probe gestellt. Warum? Damit Allah die Wahrhaftigen kennzeichnet und die Lügner. Wer ist Wahrhaftige Mimman? Wer steht trotzdem weiter? Wenn du immer gewinnst, ist einfach. Kann jeder sagen, ich werden auf die Probe stellen, bis wir die von euch kennen, die sich abmühen und die Standhaften von euch kennen. Allah sagt im Koran, ja, und hätte Allah gewollt, hätte er sie alleine besiegt, aber um die einen von euch durch die anderen auf die Probe zu stellen. Das ist etwas, was der Prophet ganz viel Augenmerk drauf gerichtet hat. In der ersten Zeit ein Drittel des Korans Christus fast alles in der mechanischen Zeit gesandt worden. Fast alles. Das heißt, die mechanische Zeit hat sich ganz stark damit beschäftigt, die Sahaber zu erziehen, standhaft zu machen, zu sagen, guck mal, das ist denen vor dir passiert. Und heute hast du Leute, die erzählen dir, wenn du bekämpfest, du warst nicht weise in der Dawa gewesen. Was versteht man darunter? Dann versteht man, wenn ich die Dawa richtig mache, lässt man mich in Ruhe. Ach, das ist ein Verbrechen. Das ist ein Verbrechen. Und sogar der Prophet wurde gefestigt. Allah sagt, womit wir dein Herz, wir haben die Geschichte noch, dein Herz zu festigen. Wie ist es erst mit uns? Was ist ganz am Anfang passiert? Der Prophet kriegt die Botschaft. Ohne dass der Engel gesagt hat, ich bin der Engel und ich gebe dir die Botschaft. Sodass der Prophet danach sucht. Und er kommt zu wem? Warak bin naufel. Was sagt warak bin naufel? Wäre ich nur ein junger Mann, würde ich nur jung sein, wenn dein Volk dich vertreibt. Der Prophet sagt, werden sie mich vertreiben? Der wundert sich. Warum wundert er sich? Weil der beliebt ist. Sie lieben ihn alle und ist von Ben Ohes him. Einer der mächtigsten Stimme, den kannst nicht einfach vertreiben. Was sagt warak bin naufel? Als der Prophet gesagt hat, werden sie mich vertreiben? Sagt er, ja wahrscheinlich, vielleicht, eventuell, ja, ich denke schon. Warak kennt die Geschichten, ja, mit völliger Überzeugung, denn keiner ist mit dieser Botschaft bekommen, außer dass er befeindet wurde. Das heißt, wenn wir heute mit dieser Botschaft bekommen, werden wir befeindet und wenn du nicht befeindet wirst, dann musst dir Sorgen machen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Ganz einfach. Nächster Punkt, also das war die Geschichte, Wissen. Direkt ganz einfach, Ikralis hat sich mit Wissen beschäftigen und das wissen wir vor allen Dingen immer Koran und Sunnah. Nächste Sache, Qiyam U-Layl. Beweis dafür, O du Eingehüllter, stehe die Nacht außer wenig und das war am Anfang ein Befehl auch für die Sahaba, damit sie standhaft werden durch Qiyam U-Layl. Deswegen, liebe Geschwister im Islam, möge wir uns mehr Erfolg geben für Qiyam U-Layl. Und durch Qiyam U-Layl liest du wieder Koran. Nis vorhin, Qiyam U-Layl. Nächste Sache, Zikr. Das ist Zikr Wazkur Allah, Zikran Kathir. Erwähne viel, alles in der mechanischen Zeit. Weil der Zikr dein Herz öffnen muss. Was ist Zikr? Allahu Akbar. Wenn du Allahu Akbar sagst, versuch nicht so zu sagen, Allahu Akbar . Achhi, achhi, ich war jetzt in Mekka gewesen, da war einer, ich war jetzt in Mekka zugeguckt, da war einer mit so einer Gebetskette, ich hab gesagt, ich war ich mit Zven Lauda gewesen, mit Abu Adam, wie schnell macht der Zikr? Der kann ja nur sagen, der kann ja gar kein Zikr machen, Allah Akbar, mal drüber nach, ich aber versuch das zu verinnerlichen, diese Einfluss auf dein Herz haben, dein Herz stärken, okay, Allahu Akbar, sag mal, Allahu Akbar, Allah ist der größte, Bruder, warum wird das immer gesagt, der Muslim wird immer wieder daran erinnert, Allah ist der größte, Bruder, guck mal, was es für ein Power geben muss, wie schon gesagt, da musst du normal, ohne mit der Wimper zu zucken, durch Nächste Sache, Koran lesen, Beweis dafür, lieset den Koran wohl geordnet, die Unreinheit lasse, damit sind die Sünden gemeint, und dann die Brüderlichkeit, zum Beispiel hat der Prophet bestimmte Gefährten in bestimmte Häuser gebracht, damit es zu dieser Brüderlichkeit kommt, die Unterstützung die Gegenseitige, wie Abu Bakr die Sklaven befreit hat, und so weiter, dann ich zähle nochmal auf, erstens Verehrung des Schöpfers, zweitens Verehrung des Jenseits, also das heißt, dass man auf das Jenseits blickt, drittes Verständnis von Kadar, viertens die Geschichten, fünftens Wissen, sechstens Kiyam Uley, so erstmal alle diese fünf Sachen haben mit dem Lesen des Korans zu tun, deswegen sage ich jedem von euch, auch wenn er kein Erstens Versuche Arabisch zu lernen. Jetzt Frage, praktisches Beispiel, wie kann man Arabisch lernen? Erstens Volkshochschule, zweitens gibt es im Internet bestimmte Angebote, drittens ins Ausland gehen, Ägypten ist momentan nicht so sehr zu empfehlen, ja, und dann vielleicht in der Moschee vorschlagen, dass eine Schwester macht, aber die sollte sich auch vor informieren, wie sie das macht, und wenn eine Schwester sich das vornimmt, die Arabisch kann, kriegt sie einen riesengroßen Lohn, das ist eine riesengroße Sache, ist das, Arabisch wichtig, im Nuteme sagt Fadul ein, Pflicht für jeden Muslim, zu versuchen Arabisch zu lernen, weil das notwendig ist, im Koran und Sunnah richtig zu verstehen, nach seinen Quellen, so, all diese Sachen, dann Kriyam Mulayl hat auch wieder mit Koran zu tun, Vickr, Koran lesen, Sünden lassen, Brüderlichkeit, die Grundlage von allem ist der Koran und die Sunnah, lest vieler, deswegen sage ich jedem, er soll ein Wort machen, das heißt, er soll eine tägliche Aufgabe machen, etwas vom Koran zu lesen oder zu hören und auch von mir aus auf deutsch und darüber nachsinnen, wir wissen genau, heutzutage viele Leute sind zittern, haben Angst vor der Dauer, was ich euch sage ist, trefft euch in Wohnungen, guck mal, hätten wir heute große Aufnahmen, wären bestimmt viel mehr Leute gekommen, unser Ziel ist es, viele Menschen zu erreichen, warum? Weil Allah im Koran sagt, tabarak alladhi nazzar al furqani al abdi li yakuna lil alamine nadira segensreich ist derjenige, der den Koran auf seinen Diener abgesandt hat, damit er ein Warner ist, für wen? Für die ganzen Welten Das heißt, wir sind kein Folklore vereint, keine geschlossene Gesellschaft wie in der Kneipe, wir treffen uns mit 20 Mann, sondern ich möchte ganz Deutschland zum Islam rufen. Aber natürlich, wir sind hier, wir sind dort, das ist nicht immer möglich, die versuchen uns natürlich, weil wir so erfolgreich sind, den Hahn zuzudrehen, kaputt zu machen, aber in Schala werden wir die kaputt machen, wenn er uns festigt. Das ist ganz klar. Und da darf man keine Angst vor haben. Man muss bereit sein, vor dem Pharao zu stehen und zu sagen, la ila illa la muhammad rasulullah. Ganz klar. Oder das ist wichtig. Deswegen trefft euch in euren Wohnungen, bringt immer wieder einer jemand mit. Es ist nicht immer einfach, das alles zu organisieren. Dann schaut euch Unterrichte an, diskutiert darüber, schaut, was ihr die Moscheen organisieren könnt, aber man hat versucht, die Moscheen zu schließen, für die Dauer. Das ist meistens nur einen kleinen Bereich möglich. Meistens. Macht weiter. Liebe Schwister, wie gesagt, das ist meine Botschaft für heute. Hab ich sonst noch was zu meckern? Wie gesagt, lest den Koran, viel, lest die Sira, lest die Sunna und versucht euer Umfeld islamisch zu gestalten. Dass ihr mit euren Brüdern und Schwestern heutzutage die Schwestern hier sind, tauscht die Telefonnummern aus. Sagt euch heute noch, wir wollen uns einmal die Woche treffen und diskutieren über den Hadith und wenn wir Fragen haben, rufen wir jemanden an oder melden uns irgendwo, wo wir etwas verstehen können. Für die Brüder genau dasselbe. Okay, das sind unsere Möglichkeiten, möge Allah uns helfen.